Jörg Maute war ein österreichischer Journalist, Schriftsteller und Kulturpolitiker. Leben Maute studierte nach dem Gymnasium Kunstgeschichte und Germanistik. 1948 wurde er mit der Arbeit »Venezianische Hausformen des Mittelalters« zum Dr. Phil promoviert. Er arbeitete ab 1947 als Journalist, ab 1950 als Kunstkritiker für die katholische Wochenzeitschrift »Die Furche« und ab 1955 als Kulturredakteur der Wiener Tageszeitung »Die Presse«. Maute war parallel dazu beim US-amerikanischen Besatzungssender Rot-Weiß-Rot-Leiter der Abteilung Wort, wo er unter anderem mit Peter Weiser, dem Regisseur Walter Davy und 1951 bis 1953 mit Ingeborg Bachmann zusammenarbeitete, die für die von ihm konzipierte, beliebte Hörfunkserie »Die Radiofamilie« schrieb, er betreute auch die sehr erfolgreiche kritisch-satirische Wochensendung »Der Watschenmann«. Ab 1967 als Gerd Bacher zum Leiter des ORF bestellt wurde, war er Kulturredakteur und Programmplaner für das ORF-Fernsehen, wo er auch an Drehbüchern mitwirkte, so 1968 für die Donaugeschichten und in den 1980er Jahren für Familie Marion. Ab 1975 war Maute als Kolumnist für die Wiener Tageszeitung Kurier tätig. Der damalige Landesparteiobmann der ÖVP Wien, Erhard Busig, konnte den parteiunabhängigen Maute für die Mitarbeit gewinnen. 1978 bis 1986 war er für die ÖVP Wiener Stadtrat, bis 1983 außerdem Abgeordneter zum Wiener Landtag und Gemeinderat. Als Stadtpolitiker setzte sich Maute besonders für Stadtbilderhaltung und Denkmalpflege, die Wiederbelebung des echten Wiener Liedes, die Beiselkultur und die neue Wiener Küche ein und war der geistige Vater der Grätzelfeste und der Stadtfestes. Auch der Altwiener Christkindlmarkt auf der Freyung, ein Adventmarkt nach Altwiener Vorbild, geht auf die Idee von Jörg Maute zurück. Während des Konfliktes in der Hain-Bürgerau stand der bekennende Umweltschützer 1984 auf der Seite der Rauhbesetzer. Bei der Pressekonferenz der Tiere zur Unterstützung des Konrad Lorenz Volksbegehrens gegen den Bau des Kraftwerks erschien er als Schwarzstorch, verkleidet. 1972 kaufte der begeisterte Tarok-Spieler die Burgruine Mollenburg bei Weiten im Waldviertel, die er restaurierte und wo im Turm der alten Burg auch seine Urne aufbewahrt wird. In seinen literarischen Werken setzte sich der Protestant Maute immer mit Österreich und speziell mit Wien auseinander. Die Frage nach dem österreichischen stellte er sich permanent. Mautes Vorbilder waren Nesteu, Raimund, Mussel, Rütt und Dodara. Die typische österreichische Lebensart sah Maute dabei als Antagonismus zum Deutschen. Mit seinem nahenen Tod befasste sich Maute im 1986 posthum erschienenen Text demnächst. Er beginnt mit einer Tagebucheintragung vom 8. Juli 1985, demnächst werde ich sterben. Ich begriff es schon in der ersten Minute der Visite. Ehrungen Theodor Körner-Preis 1987 Am 1. Todestag Enthüllung der Gedenktafel an seinem ehemaligen Wohnhaus in Wien 9. Günthergasse 1. 1987 Ausschreibung des Dr. Jörg Maute-Preises für vorbildliche Leistungen um das Wiener Stadtbild. 1991 Benennung des Jörg-Maute-Platzes im 9. Wiener Gemeindebezirk Eisagrund Der Platz ist die Kreuzung zwischen Porzellangasse, Servietengasse, Schlickgasse und Berggasse. Werke Eigene Publikationen des Narren Abenteuer und Meinungen Mit Federzeichnungen vom Verfasser Wiener Verlag Fien 1947 Zusammen mit Peter Weiser Familie Floriani Ein wienerischer Jahreslauf in 30 Bildern Nach der Radiofamilie des Senders Rot-Weiß-Rot Mit Illustrationen von Ernie Kniepert Krimeyer und M. Scheriau Wien 1954 Wiener Knige Mit Zeichnungen von Rudolf Romberg Andermann Wien 1956 Neuauflage Mit Illustration von Rudolf Romberg Huna Wien 1965 Hautobi Wien-Nesche Illustrations bei Rudolf Romberg English Translation bei Majorica Wilson Huna Wien 1966 Neuauflage Mit Zeichnungen von Rudolf Angerer Amaltea Wien 2007 ISBN 978385002-0602 Wien für Anfänger Ein Lehrgang in 10 Lektionen Mit Zeichnungen von Paul Flora Diogenes Zürich 1959 Neuauflage Edition Löwenzahn Innsbruck 2001 ISBN 3-70662270x Der gelernte Wiener Mit Zeichnungen von Wilfried Seller-Zellenberg Forum Wien 1961 Zusammen mit Barbara Pflaum Wie ist Wien? Huna Wien 1961 Belieben zu speisen Mit Zeichnungen von Wilfried Seller-Zellenberg Forum Wien 1962 Die große Hitze oder die Errettung Österreichs durch den Legationsrat Dr. Tosi Molden Molden Wien 1974 ISBN 3-21700605-4 Neuauflage Edition Atelier Wien 2011 ISBN 978-3900-379100 Nachdenkbuch für Österreicher Nachdenkbuch für Österreicher, insbesondere für Austrophile, Austromasochisten, Austrophobe und andere Austriaken Molden Molden Wien 1975 ISBN 3-21700702-6 Neuauflage Edition Atelier Wien 1987 ISBN 3-900-379114 Wien Spaziergang durch eine Stadt Mit Fotografien von Fred Peer Residenz Salzburg 1975 Neubearbeitete Auflage Residenz Salzburg 1979 ISBN 3-701-7-02152 Die vielgeliebte Molden Wien 1979 Wien 1979 Wien ISBN 3-21700992-4 Neuauflage Edition Atelier Wien 2011 ISBN 978-3900-379032 Posthum demnächst oder der Stein des Sesefors Edition Atelier Wien 1986 ISBN 3-7008-0327-3 Neuauflage Edition Atelier Wien 2012 ISBN 3-900-379-09-2 Die Bürger von Schmecks Tagebuch eines Ortsunkundigen Mit Illustrationen von Paul Flora Edition Atelier Wien 1989 ISBN 3-900-379-300 Der Weltuntergang zu Wien und wie man ihn überlebt Austriakische Einsichten in zukünftige Aussichten Edition Atelier Wien 1989 ISBN 3-900-379-3-5-1 Sonstige Publikationen Wiener Meisterfötus von Kürnberger bis Hofmannsthal Wiener Verlag Wien 1946 Wiener Lesebuch Edition Atelier Wien 1983 ISBN 3-900-379-01-7 Neues Wiener Lesebuch Edition Atelier Wien 1985 1980 Gründete Maute die Zeitschrift Wiener Journal Die bis 2004 in der von ihm vorgegebenen Ausrichtung gegen den Seitgeist erschien und seither von der Wiener Zeitung als Lifestyle-Magazin weitergeführt wird Er veröffentlichte zahlreiche weitere Artikel und Essays, so etwa das Vorwort zu Christian Brandstetter Österreich wie es war Fotografische Ansichten 1860 bis 1925 Lichtbilder von Bruno Reifenstein unter anderem Moldenfien 1981 ISBN 978-3-217-009028